Hallo DWZ-Fans, ich bin's wieder, Jan-Philipp Hullmann und heute bin ich in Rinteln und zwar im Weserangerbad. Hier im Freibad, da baut eine junge Truppe, die elektronische Musik feiert, ein eigenes Tanzparadies. Wesertec heißt die Truppe, die hier alle Kraft in dieses Projekt steckt, im Rintelner Freibad eine Party zu schmeißen. Und mal ganz im Ernst, das Krasse ist, es sieht so ein bisschen aus wie ein Mini-Floor auf der Fusion. Am Anfang stand hier einfach nichts und als wir dann die Zäune aufgebaut haben, wusste ich einfach, dass wir fett. Wenn man mal so sieht, dass wir vor drei Jahren hier an demselben Platz quasi standen, gerade mal mit zwei Boxen auf einem Anhänger und man jetzt so sieht, was wir jetzt aufgebaut haben. Ich glaube, die Veränderungen sieht man schon und da bin ich auch schon ein bisschen stolz drauf, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall auch stolz auf unsere Truppe, unsere 19 Jungs und ich hoffe, das wird noch sehr viel weitergehen mit uns. Wenn wir das hier fertig haben und die Leute hier am Tanzen sind, das wird schon richtig, richtig geil. Achso, ja, eine Sache sollte man vielleicht noch erwähnen und zwar bei der Party am Samstag ist natürlich Schwimmen im Freibad erlaubt. Viel Spaß!